Sie sind auf der Suche nach Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten in Bayern oder Sie möchten einfach nur wissen, wer regional das Gleiche macht oder anbietet wie Sie. Sie denken, das ist unmöglich? Nein, es ist sogar ganz einfach. Mit unserer Plattform Firmen in Bayern helfen wir Ihnen genau hierbei weiter. Ich erkläre Ihnen, wie es funktioniert. Besuchen Sie uns unter dem eingeblendeten Link www.firmen-in-bayern.de Bevor Sie mit Ihrer Suche starten können, müssen Sie zwei Häkchen hier und hier setzen und sich mit den AGBs und unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden erklären. Mit dem Klick auf Ich bin einverstanden kann es dann auch direkt losgehen. Jetzt können Sie genau filtern, was Sie suchen. Lassen Sie uns eine Möglichkeit gemeinsam durchspielen. Ich suche im Regierungsbezirk Schwaben speziell für den Landkreis Augsburg nach Unternehmen. Sie können bis auf Gemeindeebene filtern. Hierfür müssen Sie nur die gewünschten Regierungsbezirk, Landkreis oder die Gemeinde auswählen und mit dem Pfeil nach rechts bestätigen. Dann erscheint Ihre Auswahl im rechten Fenster. Diese Systematik müssen Sie auch bei der Auswahl der weiteren Kriterien beachten. Nur was von Ihnen ausgewählt und mit dem Pfeil in das rechte Fenster verschoben wurde, wird auch als Suchkriterium verwendet. Sie können nach Branchen- oder Wirtschaftszweig filtern, nach Gründungsdatum, Betriebsgrößenklasse, Rechtsform oder sogar nach den Länderverbindungen ins Ausland. Wenn Sie die für Sie gewünschte Auswahl getroffen haben, gehen Sie auf Suche starten. Hier oben sehen Sie, wie viele Unternehmen insgesamt gefunden wurden, die auf Ihre Suchkriterien zutreffen. Außerdem erhalten Sie bereits einen Überblick über zufällig ausgewählte Unternehmen aus Ihrer Suchanfrage, damit Sie überprüfen können, ob es sich um die für Sie richtigen Ergebnisse handelt. Falls Sie nachsteuern möchten, können Sie entweder auf Suche ändern oder auf Neue Suche gehen. Falls Sie die Datenliste haben möchten, gehen Sie auf Liste in Warenkorb und bestellen Sie diese gegen einen geringen Unkostenbeitrag. IHK-Mitglieder erhalten sogar einen Rabatt. Die von Ihnen erworbene Liste erhalten Sie dann als Excel-Tabelle von Ihrer IHK zur Verfügung gestellt. Na, war doch ganz einfach. Besuchen Sie uns auf www.firmen-in-bayern.de und erweitern Sie schon heute Ihr Netzwerk.